Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Was ist ein Sinus, was kann man damit machen? Und heute schauen wir uns mal an, was man in der Elektrotechnik damit machen kann. Ich habe euch ja erklärt, wo er herkommt, was man damit für Dreiecke berechnen kann. Wir haben in der letzten Folge, also in Teil 2, ein paar Beispiele dazu gerechnet. Und heute gehen wir mal Richtung Elektrotechnik. Ich habe hier gerade einen Sinus am Signalgenerator erzeugt, speise den hier in mein Oszilloskop ein und dann kann man den Sinus hier am Oszilloskop anschauen. Und was es da jetzt für Kenngrößen gibt und was man da so einstellen und berechnen kann, dazu zoomen wir jetzt erstmal in unser Oszilloskop-Bild hinein. Wir beginnen mal mit ein paar grundlegenden Größen. Wir haben ja in der ersten Folge kennengelernt, dass dieser Sinus sich über 360 Grad erstreckt. Wenn man jetzt einen Sinus zum Beispiel verwendet, der aus dem Netz kommt, aus der Steckdose oder so weiter, dann haben wir hier plötzlich keine Gradanzahl mehr, sondern in unserem Fall, wenn wir es mit dem Oszilloskop messen, haben wir hier auf unserer x-Achse plötzlich eine Zeit stehen und die Zeit hier hinten bezeichnet man in der Regel mit groß T, die Periodendauer. Das wäre also die Dauer, die ein Sinus benötigt, um eine volle Periode, also einmal hoch und einmal runter, also die 360 Grad in unserem Einheitskreis, um die zurückzulegen, braucht er die Periodendauer T. In der Mitte, klarerweise, genau an dieser Stelle, am Nulldurchgang, haben wir T halbe als Größe, also die halbe Periodendauer. Nur mal so als Beispiel, unser Netz, also das, was aus der Steckdose kommt, hat eine Frequenz von 50 Hertz, haben wir hoffentlich schon mal irgendwo gehört, und die Periodendauer und die Frequenz, die hängen direkt zusammen, und zwar gibt es da eine Formel T gleich 1 durch F, also die Periodendauer 1 durch die Frequenz, beziehungsweise die Frequenz 1 durch die Periodendauer. In unserem Fall, also der Strom, der aus der Steckdose rauskommt, T gleich 1 durch 50 Hertz, Hertz kann man 1 durch Sekunde auch hinschreiben, also haben wir Sekunde als Einheit, die übrig bleibt für die Zeit, kann ungefähr hinkommen, und das Ganze, wenn wir es in den Taschenrechner eingeben, wäre 0,02, und mit dem passenden Präfix 20 Millisekunden hätten wir hier hinten als Zeit, das heißt, damit die Sinuswelle aus der Steckdose eine Schwingung machen kann, benötigt sie 20 Millisekunden an Zeit. So, nun geht es zu den nächsten Größen, die wir hier eintragen können, und das wäre einmal eine ganz wichtige Größe, und zwar hier oben an der Spitze, haben wir unsere, in dem Fall jetzt mal 5 Volt, bei dem, was ich jetzt hier aufgezeichnet habe, unsere Scheitelspannung oder Spitzenspannung. Da gibt es jetzt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze hinschreiben kann, also entweder US für Scheitel oder U-Dach wird es auch ab und zu dargestellt, da muss man halt einfach gucken, wie es im Schulbuch oder im Buch drinsteht, das wären so Bezeichnungen für unsere Spannung, die maximale Spannung, die der Sinus erreichen kann. Dann gibt es das Ganze natürlich auch nochmal auf der unteren Seite, wir haben hier in die negative Richtung eine Scheitelspannung, in dem Fall wird die auch ganz normal als U-Scheitel bezeichnet oder eben U-Dach, und da kann es sein, dass das Dach unten hingemalt wird, hängt auch wieder ganz davon ab. Jetzt kommt eine spannende Größe, und zwar die Größe, die wir haben zwischen oben und unten, also zwischen der maximalen Spannung, die der Sinus hat, und der minimalen Spannung, die der Sinus hat. Das wäre die Scheitel-Scheitel-Spannung, Spitze-Spitze-Spannung, U-Dach-Dach, gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das hinschreiben kann, also U-S-S für U-Scheitel-Scheitel oder U-Spitze-Spitze, oder es gibt auch Möglichkeiten, das so hinzuschreiben, Dach oben, Dach unten, hängt ganz davon ab, wie man das hinschreibt. Keine Ahnung, was da die richtig normgerechte Darstellung wäre. In unserem Fall minus 5 bei dem Diagramm, das wir hier haben. Ja, jetzt sieht das Ganze natürlich so aus, dass wir uns überlegen müssen, wie wir eigentlich das Ganze jetzt für die Elektrotechnik uns umdenken können. Denn in der Elektrotechnik gibt es verschiedene andere Größen, mit denen diese Wechselspannungen angegeben werden. Da hat man relativ selten mit einer Scheitel-Spannung zu tun. Und welche Größen wir da jetzt haben, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Uns interessiert grundsätzlich, wenn wir irgendwie einen Strom übertragen, eine Spannung übertragen, eigentlich so gut wie immer eine Sache. Wir wollen Energie übertragen. Ich meine, die Steckdose haben wir ja nicht in der Wand, damit dort ein Sinus vor sich hinfliegt und wir uns freuen, dass da ein Sinus ist, sondern wir wollen Heizgerät einstecken, wir wollen PC einstecken, wir wollen Energie, die wir rauskriegen aus diesem Ganzen. Wie sieht das jetzt aus? Die Energie versteckt sich, wenn wir jetzt eine Kurve haben, wo wir hier die Spannung aufgetragen haben und die Zeit hier aufgetragen haben, Zeit T, versteckt sich die Energie in der Regel in der Fläche. Könnt ihr euch gleich merken? In der Fläche versteckt sich irgendwo die Energie. Jetzt sieht es beim Sinus ein bisschen blöd aus für den Mathematiker, weil Mathematiker, die wollen ja immer irgendwie eine Formel haben und ohne Formel sind die ja nicht glücklich. Jetzt kommt der Mathematiker anglaufen und sagt, Ja cool, Energie wird übertragen. Ich habe hier eine positive Halbwelle, also wird positive Energie übertragen und der Sinus schwingt ja auch ins Negative runter. Das heißt, ich habe hier eine negative Halbwelle. Die Halbwelle, die positiv ist, ist gleich groß wie die Halbwelle, die negativ ist. Bedeutet, die Energie unterm Strich auf die gesamte Sinuswelle betrachtet ist für den Mathematiker gleich Null. Ja, das ist allerdings jetzt ein bisschen doof, Wenn man sich mal irgendwie überlegt, dass ein Heizkörper an der Steckdose ja doch warm wird, behauptet der Elektrotechniker sozusagen, naja, lieber Mathematiker, deine Formel ist zwar ganz schön und recht, aber kann ich dir so nicht zustimmen? Die kann nicht Null sein. Jetzt gibt es da ganz viele verschiedene Ansätze, wie man die Energie berechnen kann, die vom Sinus übertragen wird. Grundsätzlich fangen wir ja auch mit einem Standard-Sinus nicht viel an. Wir packen ja meistens irgendwie einen sogenannten Gleichrichter dahinter. Bedeutet, wir haben dann die Sinuswelle, die hinten ins Negative geht, ins Positive geklappt und haben dann quasi zwei Sinusschwingungen nach oben. Haben dann quasi zwei positive Halbwellen, also zweimal positive Leistung, die übertragen würden. Das ist jetzt schon mal so, dass dann der Mathematiker sagt, ja, damit kann ich was anfangen. Das wäre Ansatz Nummer eins. Ansatz Nummer zwei wäre, dass man einfach zum Beispiel nur sich als Mathematiker eine Halbwelle anguckt. Das heißt, das da hinten, ab dem Punkt, das gibt es für Mathematiker gar nicht mehr, der guckt sich nur die erste Halbwelle an, geht natürlich auch. Was müssen wir uns jetzt allerdings angucken? Wir müssen uns jetzt bei dieser Halbwelle anschauen, und zwar, welche Energie wird jetzt übertragen? Und wir brauchen auch irgendetwas Vergleichbares für diese Energie, die übertragen wird. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir die Flächen hier drunter, die übertragen werden als Energie. Und die Flächen, die sind jetzt ein bisschen blöd auszurechnen, weil so ein Sinus, die Fläche drunter, da muss man integrieren und so weiter, das wird dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Also machen wir folgendes, wir ziehen einfach eine gerade Linie und nehmen quasi unsere Flächen, die wir hier oben haben und packen die hier rein, packen die hier rein, packen die Hälfte hier rein und packen die Hälfte hier rein. Somit haben wir eine Gleichspannung mit dieser Höhe hier, die die gleiche Energie übertragen kann, wie unsere Sinushalbnuxis, die wir hier hingezeichnet haben. Um jetzt den Punkt von dieser blauen Linie herauszufinden, muss man jetzt ein bisschen integrieren und Mathematik benutzen, tun wir nicht, keine Angst. Das haben andere für uns zum Glück gemacht. Damit diese Energie hier übertragen wird, diese gleiche Energie, haben wir hier einen Punkt, und zwar haben wir hier oben ja unsere Scheitelspannung, U-Dach, und den Punkt, den wir hier jetzt aufzeichnen, der hat auch einen Namen, und zwar wäre das der Gleichrichtwert. Dieser Gleichrichtwert sagt uns nichts anderes aus, wie wenn wir jetzt eine Sinusspannung gleichrichten über einen Brückengleichrichter, wird folgende Energie übertragen. Da haben wir noch gar keinen Kondensator dahinter und gar nichts, also es ist rein die Energie, die aus diesen Sinusschwingungen übertragen wird. Und die Formel dafür hat uns jemand schon mal ausgerechnet, wie gesagt, integrieren kompliziert, wollen wir gar nicht wissen. Dieser Gleichrichtwert, hingeschrieben wird da in der Regel mit einem U und einem Strich drüber für gleich gerichtet, und dann packt man auch mal einen Betrag drumherum. Dieser Wert ist beim Sinus relativ einfach, und zwar kann man sagen, 2 mal U-Dach durch Pi. Das kommt raus, wenn man das Ganze integriert. Bedeutet, wir sind, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, 2 durch Pi, wir sind bei 0,64, bedeutet für uns, hier haben wir ungefähr 0,64 mal U-Dach, ich glaube 0,637 wäre der korrekte, genauere noch Wert, für diesen Gleichrichtwert, den wir hier eingezeichnet haben. Jetzt könnte man ja schon mal glauben, dass U-Gleichrichtwert die 230 Volt sind, die aus der Steckdose kommen. Oder man könnte glauben, dass U-Dach die 230 Volt sind, die aus der Steckdose rauskommen. Ne, sind wir leider noch komplett weit davon weg. Die 230 Volt, die aus der Steckdose kommen, ist unser nächster Wert, den wir jetzt lernen. Und zwar schauen wir uns den Sinus noch mal an, und die Größe, die wir jetzt kennenlernen, wäre U-Effektiv oder U-RMS kann man die auch nennen. RMS kennt man jetzt schon mal, den Begriff haben wir schon mal auf dem Multimeter zum Beispiel gelesen, glaube ich. Dieser Wert ist ziemlich cool herzuleiten, und das machen wir jetzt mal. Dieser Wert wäre der effektive Spannungswert, bei dem eine Wechselspannung uns die gleiche Leistung überträgt. Wir haben wieder das gleiche Problem wie vorhin, und zwar wird ja die Leistung in der Fläche übertragen, und die Leistung, die wir jetzt berechnen wollen, bezieht sich auf einen Widerstand. Und P gleich U mal I. Wir haben da jetzt noch keinen Widerstand drin, also müssen wir noch mal weiter das Ohm'sche Gesetz benutzen. I gleich U durch R, und dann setzen wir das jetzt hier für I ein, und haben dann somit als Formel P gleich U Quadrat durch R. Wir haben also eine Leistung, unser R ist konstant, also wir haben den klassischen Widerstand, den Ohm'schen Widerstand, der ändert sich nicht, wenn wir da Leistung drüber geben, und wir haben jetzt plötzlich die Spannung, die quadriert wird. Das heißt, wir müssen mal unsere Sinuswelle quadrieren, und erhalten dann sowas. Also wenn man jetzt unsere Sinuswelle hier einfach mal zum Quadrat nimmt, könnt ihr es mal probieren, dann erhält man eine Sinusschwingung, die so aussieht. Wir haben jetzt hier oben 25, 25 entspricht U Dach zum Quadrat, das wäre die Stelle hier. Hier unten haben wir 0 Volt. Praktischerweise wird unsere negative Welle, die wir hier unten hatten, durchs Quadrieren positiv, Minus mal Minus ergibt Plus, und das Ganze sieht aus wie eine Sinusschwingung, denn es ist auch eine Sinusschwingung. Jetzt wieder der Fall von vorhin. Wo wird die Energie übertragen in unserer Sinusschwingung? Klassischerweise wird diese Energie natürlich auch wieder in der Fläche unterhalb unserer Sinusschwingung übertragen. Jetzt haben wir es zum Glück einen Tick einfacher, denn wenn wir einen kompletten Sinus nehmen, können wir richtig schön, das sieht man glaube ich auch ziemlich gut, diese Welle hier, diese Viertelwelle hier runterklappen, diese Viertelwelle hier runterklappen, die hier runterklappen, und die hier runterklappen, wenn wir den Sinus exakt in der Mitte, also da wo er eigentlich früher mal seinen Nulldurchgang hatte, wenn wir den exakt in der Mitte schneiden, das wäre die blaue Linie, wo ich den jetzt geschnitten habe. Und dann erhalten wir eine Gleichspannung, die die gleiche Energie überträgt, denn wir müssen ja die gleiche Fläche wie hier haben, und wenn wir das runterklappen, hat diese Gleichspannung hier, wenn man das Rote berechnen würde, die gleiche Fläche wie unser Sinus. Und wie ich gesagt habe, genau in der Mitte schneiden, in der Mitte wäre es in unserem Fall 12,5, oder eben U-Dach zum Quadrat Halbe. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Wert, den wir eigentlich haben wollen. Und zwar haben wir gesagt, dieser Wert heißt U-R-M-S. R-M-S ist der englische Begriff dafür und heißt Root Mean Square. Und dieser englische Begriff erklärt uns das richtig toll, was wir da eigentlich machen müssen. Square bedeutet was? Square bedeutet Quadrieren. Wir quadrieren unseren Scheitelwert, um quasi diese Spitzenspannung hier zu erhalten. Dann nehmen wir den Mittelwert, also die mittlere Leistung, die von diesem Sinus übertragen wird. Und das wäre unsere rote Fläche hier. Wir sind also hier. U Quadrat Halbe wäre unsere mittlere Fläche. Und damit wir dann unterm Strich wieder hier auf eine Spannung zurückkommen, müssen wir das Ganze noch mit einer Wurzel behandeln. Bedeutet, wir müssen da draus nochmal eine Wurzel ziehen, um dann wieder zu unserem U-R-M-S zu gelangen. Weil wir haben ein U Quadrat, wir wollen wieder zu einer Spannung, also eine Wurzel root auf Englisch draus ziehen, um das zu erhalten. Bedeutet nun für uns, U R-M-S oder U effektiv ist nichts anderes als das, was wir hier hingeschrieben haben. U Dach zum Quadrat, die Wurzel draus, Halbe. Und nun können wir das Ganze sogar noch vereinfachen. Wir haben hier U Dach zum Quadrat. Bedeutet, wir können die Wurzel aufteilen in U Dach Quadrat durch Wurzel aus 2. Und die Wurzel aus was Quadriertem fällt das Quadrat einfach weg. Das heißt, wir haben U Dach durch Wurzel 2 und das wäre unser Effektivwert. Bedeutet wieder andersrum, unser U Dach wäre U effektiv mal Wurzel 2. Und Wurzel 2 ist so ungefähr 1,41. Wenn wir das Ganze jetzt also auf diese Spannung uns betrachten, die aus der Steckdose rauskommt, haben wir also eine Sinusschwingung und irgendwo an dieser Stelle hier oben bei Wurzel 2 von dem Effektivwert haben wir welchen Wert bei unserer Wechselspannung, die aus der Steckdose kommt? Genau. Wir haben hier 230 Volt. U effektiv, der Wert der Spannung aus der Steckdose. Nun müssen wir was beachten. Das ist nämlich was ganz Interessantes. Hier oben haben wir U Dach und wir haben ja vorhin gerade gelernt in der Formel U Dach gleich U effektiv mal Wurzel 2 bedeutet U Dach gleich U effektiv 230 Volt, die wir haben, mal Wurzel 2 und das Ganze in den Taschenrechner eingegeben. 230 mal Wurzel von 2 sind 325. Bedeutet, wir haben hier oben eine Spannung von 325 Volt plus und natürlich auch hier unten eine Spannung von minus 325 Volt. Und das ist schon mal deutlich höher. Also wenn man da jetzt einen Gleichrichter oder so auslegen muss da drauf, muss er die 325 Volt abkönnen und nicht nur die 230. Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen, was es für Kenngrößen in Elektrotechnik für eine Sinusschwingung gibt. Wir werden beim nächsten Mal uns noch andere Schwingungen anschauen und zwar Dreieck- und Rechteck-Schwingungen und da das Gleiche noch betrachten, was da für Effektivwerte vorkommen. Und in der übernächsten Folge betrachten wir das Ganze dann mal in der praktischen Seite. Also wir schauen uns das Ganze dann mal an einem Multimeter an, was es da für Probleme geben kann und was da so auf uns zukommt, wenn wir einen Effektivwert messen wollen mit einem Multimeter. Ja, vielen Dank Leute fürs Reinschauen. Vergesst den Daumen nach oben und das Abo nicht und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao!